Hallo meine wunderbaren Netschwinger Freunde, also da ich ja gestern gemerkt habe, dass leider mein Spider-Man Stream nicht so wirklich gut ankam, habe ich jetzt eine Frage. Das hatte ich glaube ich bei den anderen Spielen noch gar nicht gemacht, aber ich mache es jetzt bei dem hier, weil das Spiel mir irgendwie doch, na doch sehr gut gefällt und ich einfach wissen will, ob ich das weiterhin streamen soll oder ob ihr eher was anderes dafür sehen wollt. Weil ich hätte noch als Gegenangebot, hätte ich noch BO4, BO3, Modern Warfare und GTA, wie gesagt. GTA ist Fixprogramm, das wird sich auch so schnell nicht ändern, hoffe ich. Und wie gesagt, ja ich wollte halt einfach fragen, ob ihr Spider-Man weiter sehen wollt oder ob ich jetzt hier das für mich machen soll. Wie gesagt, das war es dann auch wieder mit dem Video, es war einfach bloß eine einfache Frage. Schreibt mir einfach in den Kommentar, wie ihr das seht, ob ihr das sehen wollt oder ob ich das jetzt, ähm, es hängt jetzt davon ab, wie viele Kommentare, wie viele positive Kommentare da sind. Wenn ihr das wirklich sehen wolltet, wenn es wirklich interessiert, dann schreibt mir aber auch bitte in die Kommentare, ob ich das jetzt als Let's Play weitermachen soll oder als Streamspiel. Wie gesagt, es ist jetzt, wie gesagt, euch überlassen. Ich wünsche euch somit einen wunderschönen Start in den Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschü 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 tschü.